Guten Tag! Damals hat Barbara Streisand gerade am Anfang ihrer Karriere im Musical und im Film Funny Girl das Lied gesungen, Don't rain on my parade. Markenzeichen in ihrer Karriere. Und deswegen habe ich in meinem Preview gesagt, niemand wird auf meine Parade regnen. So singt sie da in diesem Lied. Es ist klar, Parade ist etwas Schönes. Am Sonntag gibt es Parade, also es soll nur Sonne scheinen, es wird nicht regnen, nicht schneien. Es ist nur ein wunderschönes Wetter und alle Leute sollen diese Parade genießen. Und mich auch, wenn ich mich da zeige. In anderen Worten bedeutet das Lied, niemand wird mir sagen, was ich sein soll und wie ich Dinge tun soll. Und du schon gar nicht. Wenn jemand etwas macht, dann bin ich es. Deswegen habe ich in meinem Preview gesagt, niemand wird auf meine Parade regnen. Und dieser Satz passt perfekt zu meinem Löwen. Denn der Löwe ist genau auch so. Der Löwe führt seine Eleganz vor, wie die Leute auf der Parade das machen. Aber der Löwe hat entsetzliche Angst, ungeliebt zu werden. Mittelmäßig nicht anerkannt oder unbemerkt zu sein. Deswegen, es gibt Leute, die sich da plötzlich verlieben in einem Löwen und rufen alle Leute an, SOS und alle Freunde an und sagen, wie ein Löwe soll ich machen? Ich habe mich an einem Mann verliebt, das Löwe. Da gibt es keine SOS-Antworten und keine Hilfen. Überhaupt nicht. Eins muss man wissen. Der Löwe ist ein sehr stolzer Mann. Und er wird so bleiben, wie er will. Das ist ein sehr individueller Mann. Und er wird so bleiben, wie er denkt, zu sein. Und eins muss man wissen, dass diese Jahre in Gefolgschaft für den Löwen irgendwo zu arbeiten, in einer Firma oder bei jemandem eingesperrt zu werden, in einem Käfig. Das sind wirklich schreckliche Zeiten für den Löwen. Und das sind Jahre, wo er Herzinfarkt kriegt, Migränen und alle Krankheiten dieser Welt. Es geht ihm dann schlecht. Das ist wirklich eine Katastrophe für einen Löwen. Denn der Löwe muss frei sein. Es gibt keine Käfige, keine Leinen für den Löwen. Er muss immer frei sein. Der Löwe denkt oft über sich nach. Also die Reise geht immer nach innen. Und er will herausfinden, wer er ist. Wozu das alles so ist auf dieser Welt, wie es ist. Was für Persönlichkeit er ist. Er wird das alles selbst herausfinden. Und deswegen, er wird niemanden fragen, du darfst dann nicht sagen, mach das oder jene. Das geht ja gar nicht. Er wird das machen, was er will. Nach außen ist das wunderschön. Er ist gut erzogen, sehr nett, sehr freundlich. Alles ist super. Aber was er denkt, wirst du nie erfahren. Das ist eine sehr, sehr individuelle und sehr spezielle Persönlichkeit. Und deswegen will oft Löwe das selbst herausfinden, wenn er ist. Wenn nicht, dann sucht er sich natürlich kleine Hilfen bei anderen Leuten, Psychologen, Psychiatern. Er sucht sich immer so Leute, die ihm etwas geben und ihm helfen. Das ist alles unabhängig natürlich. Aber er will das herausfinden. Und er will irgendwie sein Leben immer verlängern. Es geht um mein Gott, um mein Buch. Er will ein Buch schreiben. Er will eine Fluggesellschaft erfinden. Er will irgendwelche wissenschaftliche Sachen schreiben und ein Imperium erbauen. Er will immer etwas machen oder eine Fotografie oder Mode oder was auch immer. Dass das weiter nach seinem Tod und auch während er noch lebt, alles existiert und da ist. Das ist sein Ziel. Eine Reise nach innen. Was bin ich? Wozu bin ich auf dieser Welt? Das ist wichtig für den Löwen. Also, eins muss man wissen, dass das sein Geheimnis im Leben auch ist, das herauszufinden. Und ein Leben der Gefolgschaft lässt ihn an Herzkrankheiten und an anderen Frustrationen und Depressionen einfach sterben. Deswegen die Leute, die da so sich bemühen und wollen und die können ihm alles kaufen und Geschenke machen und mit ihm verreisen. Das zählt alles nicht. Das ist ein Individuum. Und es ist nett, wenn du ihm goldene Uhr schenkst. Aber das zählt für einen Löwen erst mal nicht. Niemand wird auf meine Parade regnen. So denkt der Löwe. Aber für heute ist die Zeit um.